Im Hersteller- und Logistikprozess der Unternehmen fallen immer mehr Daten an. Diese Daten werden nicht genügend genutzt und nicht in einen Gesamtzusammenhang gestellt. Dadurch verlieren wir Optimierungspotenzial. Wir, die LeanBI, stellen Ihnen eine vollumfängliche Plattform zur Verfügung, mit der Sie aus den Daten Wissen generieren können. Unsere Internet of Things und Analytikplattform ist einzigartig in der Schweiz. Mit dieser Plattform können Sie die datenliefernden Objekte miteinander verbinden und die Daten werden in Ihrem persönlichen Datensee abgespeichert. Dieser Datensee, egal ob bei Ihnen oder bei uns in der Cloud, ist sicher. Geschützt durch Firewalls in einem schweizerischen Rechenzentrum und in einem mehrfach ISO-zertifizierten Betrieb. Wir sind Datenanalytiker, Informatiker und Ingenieure. Mit unseren Werkzeugen erhalten Sie Erkenntnisse, die Sie kaum für möglich gehalten hätten. Wir setzen dabei Werkzeuge ein, wie In-Memory-Würfel zur Self-Service-Datenanalyse oder komplexe Machine Learning Algorithmen oder Visualisierungstechniken der besonderen Art. Dieses Wissen geht direkt zurück in den Herstellprozess, sodass laufend eine Optimierung stattfinden kann. Dadurch können Sie die Produktqualität erhöhen, Sie senken die Herstellkosten und Sie beschleunigen den Entwicklungsprozess. Und last but not least können Sie Ihre Teile im Herstellprozess besser überwachen und rechtzeitig warten. Wir unterstützen Sie im Zeitalter der Digitalisierung, Informatik 4.0 und Smart Factories. Mit unseren Lösungen sind Sie auch weiterhin erfolgreich am Markt.